Was ist los, Leute? Mach mal ein bisschen Krach hier! Wir haben auf uns gewartet, wir sind endlich wieder da, mit Comedy Carpaccio und Tragödie Zertar. Über jede Körperöffnung dringen wir euch ein, wir füllen euch mit Musik vom Scheitel bis zum Schlüsselbein. Wir brauchen keine Sylvie, kein Dieter und kein Bub, das ist der Wotzug, auch das Niveau, denn ne Chartshow blut. Wir sind länger im Wissen als die Rolling Stones, wir haben mehr Punk als The Clash oder als die Rimbos. Bei den Beatles in aßenweise, Mädels so mächtig geworden, bei uns, bei jeder unserer Shows ist bisher jemand gesprochen. Die Leichen lassen wir verschwinden, die Schornstein, Figaroos, das ist der Krasniveau, lebt vom Organhandel-Blues. An der Blutgitarre, Martin! Wir sind jetzt ein Wohin, mit uns geht nicht so sehr lieb. Wir machen keine Toten-Tanz, heißen auch nicht Kelly, unsere Perse sind nicht Gold, unser Mund bricht keinen Schand, nee, nee, wir sind das Niveau. Zwei außer Rand und Band, wir haben keinen Bock auf Fantasy und auf Mittelalter-Moves, das ist der, das Niveau macht jetzt Indie-Pop-Blues. Kaltes Leben und die Welt ist hohl. Kein Nachtbeten und kein Alkohol. Martin, 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 Blues. An der Blues-Kaution der Söhnen! Dieses Lied ist jetzt zu Ende. Wir fangen an zu weinen, ihr könnt euch auf 72 Stunden mit uns freuen, kauft danach unser Album, und zwar als Original. Denn Rennen oder Downloads sind schließlich illegal. Wenn ihr nur ne Kopie habt, machen wir mit Singen Schluss. Das ist der Schürz, die Rechte von Künstlern-Blues. Das ist der Schürz, die Rechte von Künstlern-Blues. Danke schön. 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 Vielen Dank.